Gute halben Stunde. Und dann folgen die Sternminuten des Neuzugangs Renas Grasenbergs. Die Nummer 11 hält sich hier relativ lang am Pup und macht einmal seinen ersten von insgesamt drei Treffern an diesem Abend. Es ist die 37. Minute und der 24. Gelette bekommt ein kurzer Ten. Das war noch David Kiesch, der Trainer von Szeke Schveha, war übrigens der Jüngste in der Win Today Eishockey League. Und wir haben es angekündigt, Renas Grasenbergs, mehr oder weniger der Spieler des Abends, bekommt auch hier das Zuspiel gut und macht drei Minuten und 50 Sekunden nach seinem ersten Treffer gleich den Doppelpack. Es ist das erste Heimspiel für den Letten im Dress seines neuen Arbeitgebers der Graz 99ers und gleich sein zweiter Treffer im Liebenauer Eistadion. Das schmeckt den Fans, denn es scheint so, als ob man heute wirklich eine Topmannschaft besiegen kann. Graz bleibt die bessere Mannschaft bis kurz vor Ende und kommt hier, wie gesagt, zum nächsten Treffer. Und es ist der Hattrick. Renas Grasenbergs, der Lette. 44. Spielminute. Innerhalb von 6 Minuten und 40 Sekunden macht der gleich drei Treffer und bringt die Graz 99ers mit 4 zu 2 in Führung. Etwas Glück dabei, aber auch das kann man brauchen.